So etwas hatte die Welt noch nie gesehen. Eine Trägerrakete kehrt unbeschadet aus dem All zurück und legt eine Punktlandung hin. Was aussieht wie aus einem computeranimierten Science-Fiction-Film, ist in Wahrheit ein Quantensprung für die Raumfahrt. Und so sehen Sieger aus, unbändiger Jubel beim SpaceX-Team im Kontrollzentrum von Cape Canaveral. Sie wissen, dass sie mit dieser Mission Geschichte geschrieben haben, für Amerikas kommerzielle Raumfahrt, für das zuletzt von Rückschlägen geplagte Unternehmen von Elon Musk, für die stolze Raumfahrtnation USA. Die NASA gratuliert über Twitter zur erfolgreichen Landung auf der Erde. Und aus dem All meldet sich Scott Kelly von der Raumstation ISS. Er sei sehr beeindruckt, schreibt Amerikas Langzeit-Astronaut. Umgerechnet 55 bis 80 Millionen Euro kostet so eine Trägerrakete in etwa so viel wie eine Boeing 747. Wenn es künftig gelänge, die Falcon 9 verlässlich wiederzuverwenden, würden sich die astronomischen Kosten der kommerziellen Raumfahrt drastisch reduzieren lassen. Die spektakuläre Landung der Falcon 9 macht den Start zehn Minuten zuvor fast zur Fußnote. Elf Satelliten hat SpaceX diesmal erfolgreich in eine erdnahe Umlaufbahn gebracht. Aber es war die Rückkehr der Rakete, die dies zu einer historischen Mission machte.